Lohnt es sich für den Traum vom Eigenheim, sich über Jahrzehnte lang über beide Ohren zu verschulden? Darum soll es in diesem Video gehen und darüber möchte ich dir ein paar Punkte gerne mitgeben. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Happe und ich bin seit über 13 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und das Thema Immobilie spielt dabei immer wieder eine Rolle, weil tagtäglich Menschen auf uns zukommen, die mit uns darüber reden, ob es sich lohnt, ein Eigenheim zu kaufen, zu bauen oder ob man doch lieber zur Miete wohnt und dadurch einfach viel flexibler bleibt. Ich möchte dir in dem Video ein paar Punkte mitgeben, die eher Kontra-Eigenheim sind, weil ich dich ein bisschen wachrütteln will, dass du dir wirklich mal überlegst, ob du wirklich ein Eigenheim in deinem Leben brauchst. Viele Menschen haben den Wunsch, mit 30 Jahren das eigene Heim zu haben, einen Baum zu pflanzen und ein Kind in die Welt zu setzen. Daran ist auch erstmal nichts Schlimmes. Allerdings muss man sich dabei vor Augen führen, dass ein Eigenheim gerade in der heutigen Zeit nicht unbedingt immer das cleverste Investment der Welt ist. Wer über den Gedanken nachdenkt, ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen, hat im Grunde genommen immer zwei Motivationsgründe. Das eine sind emotionale Gründe, ebenso der Traum vom eigenen Haus und den eigenen vier Wänden, wo man machen kann, was man will und mit der Familie und ein Zuhause der ganzen Familie bietet. Das sind die emotionalen Gründe auf der einen Seite und das andere sind die wirtschaftlichen Gründe. Die Gedanken daran, dass man die Miete nicht mehr zahlen muss, dass man irgendwann mietfrei wohnen kann und dass ein Eigenheim ja auch eine Form von Altersvorsorge ist. Und diese beiden Punkte müssen wir jetzt mal etwas genauer durchleuchten. In Umfragen ist es so, dass die meisten Menschen sich das Eigenheim rational versuchen zu erklären. Das heißt, wenn sie sich in der Phase befinden und auf die Suche gehen nach dem Eigenheim oder nach einem Baugrundstück, dann versuchen sie sich das Ganze rational in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit einer eigenen Immobilie zu erklären. Indem sie sich vor Augen führen, dass sie ja irgendwann keine Miete mehr zahlen müssen und das Haus abbezahlt ist und dass sie ja dann mietfrei wohnen können und spätestens im höheren Alter dann diese Mietkosten nicht mehr haben. Wenn es dann aber darum geht, die Immobilie tatsächlich zu kaufen, angefangen von der Suche nach der Immobilie oder dem Grundstück, über die Gespräche mit einem Makler oder dann auch in dem Besichtigungstermin, dann kommen die emotionalen Gründe zum Vorschein. Dann plant man, was man wohin stellt, wie man die Wände vielleicht verändert, wie man es gestaltet, wie man das Bad einrichtet. Und dann bei der Inneneinrichtung geht es dann oft um emotionale Aspekte. Man sagt sich, man lebt nur einmal und möchte es doch schön haben und dann vergisst man oft den Blick aufs Geld, aufs ursprünglich gesetzte Budget und gibt hier Geld aus und da Geld aus und die Zehntausender summieren sich und das Haus wird dadurch immer, immer teurer. Oftmals wird ein Teil eigenes Kapital mit eingebracht und der Rest wird über die Bank finanziert. Du musst dir vor Augen führen, die Bank hat ein Interesse, dass du eine Immobilie kaufst. Die Bank verdient Geld mit den Zinsen und hat natürlich die Immobilie als Sicherheit. Das heißt, nur weil die Bank sagt, du kannst dir etwas leisten, heißt das nicht, dass du es dir wirklich leisten solltest. Es ist oftmals über die Bank relativ leicht möglich, Kredit und Kapital zu bekommen und damit sich theoretisch das Haus zu kaufen, aber schnell und oft vergessen die Leute einfach, was für eine monatliche Belastung und damit ein verbundener Druck entsteht, über Jahre oder Jahrzehnte besser gesagt, diese Immobilie auch abzuzahlen. Weil in erster Linie gehört die Immobilie ja nicht dir, sondern zum größten Teils meistens zumindest der Bank. Und auch solltest du verstehen, dass die Immobilienbranche, also angefangen durch die Immobilienmakler selbst, natürlich ein Interesse daran haben, dass du ein Eigenheim kaufst. Der Kaufpreis entscheidet die Einnahme des Maklers, sprich seine Provision. Dementsprechend musst du dir vor Augen führen, dass er dich unter Umständen ein Stückchen manipulieren kann, indem er dir emotionale Gründe vorschiebt und die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie ein bisschen hinten anstellt und da gar nicht so gerne drüber redet. Das heißt, Immobilienmakler sind natürlich in einer Verkaufssituation so geprägt, dass sie dir blumige Bilder in den Kopf setzen, wie schön es doch ist, wenn du in diesem eigenen Heim irgendwann mit deiner Familie bist. Und das solltest du auf jeden Fall verstehen, dass du hier rational bleibst. Beim Thema Rationalität kann ich dir Folgendes mitgeben. Die Immobilien-Eigenheim-Besitzerquote ist kurioserweise in ärmeren Ländern deutlich höher als in reicheren Ländern. Ärmere Länder wie zum Beispiel Rumänien haben eine Eigenheimquote von 96%. Das heißt, 96 Personen von 100 haben ein eigenes Heim. Aber auch in Indien mit 87% oder in Russland mit 85% ist die Quote der Eigenheimbesitzer extrem hoch. Auf der anderen Seite, die wahrscheinlich geringste Quote auf der Welt, besteht in der Schweiz. Hier haben nur 43% der Schweizer ein Eigenheim. Das ist vielleicht zu erklären mit der hohen Rationalität der Schweizer. Ganz nebenbei ist die Schweiz eines der reichsten Länder. Da ist nämlich das Pro-Kopf-Einkommen, was die Menschen dort haben, beziehungsweise das Pro-Kopf-Vermögen mit am höchsten. Wenn es um die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie geht, fällt es den meisten Immobilieninteressenten und auch Immobilienbesitzern schwer, wirklich richtig zu rechnen. Viele sehen lediglich diesen Aspekt, dass man sich die Miete spart und bilden sich ein, dass man dadurch ja irgendwann mietfrei wohnen kann. Dass sie aber richtig nachrechnen, was sie tatsächlich im Schnitt für eine Rendite auf ihr eingesetztes Geld abholen, das passiert sehr selten. Viele scheitern daran, richtig zu errechnen, wie viel eigenes Kapital sie eingesetzt haben, wie viel Kredit sie aufgenommen haben, wie viel Zinsen dadurch entstehen, wie viel eigene Arbeits- und Lebenszeit sie reingesteckt haben, welche zusätzlichen Anschaffungskosten sie gemacht haben, wie die Wertentwicklung der Immobilie genau in dem jeweiligen Standort ist. Und nicht zuletzt vergesst man dann auch mal schnell die sogenannten Opportunitätskosten, die einem entstanden sind. Was heißt das? Das sind Kosten, die einem entstehen durch entgangene Gewinne, die man anderweitig gehabt hätte. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du dich für eine Immobilie entscheidest, dann bist du erstmal an diesen Standort gebunden. Wenn sich jetzt aber zum Beispiel in deinem Beruf die Gelegenheit ergibt, dass du an einen anderen Standort oder auch eine andere Firma wechselst, wo du zum Beispiel 1000 Euro mehr verdienen könntest, du diese Möglichkeit als Mieter theoretisch in Erwägung gezogen hättest, dein Einkommen dadurch erhöht hättest, wirst du als Eigenheimbesitzer wahrscheinlich an diesen Standort gebunden sein und wirst solche Möglichkeiten gar nicht in Erwägung ziehen. Das heißt, hier ist dir eine Möglichkeit, dein Einkommen zu steigern, verwehrt geblieben, weil du dich an den Standort gebunden hast. Das sind Opportunitätskosten. Die können auch zum Beispiel sein, wenn du dich über ein Jahr hinweg als Beispiel sehr intensiv mit der Immobilien-Suche beschäftigst und deinen Fokus nicht so stark auf deine Karriere, auf deine Arbeit legst und dein Einkommen dadurch vielleicht in diesem Jahr nicht so gestiegen ist, wie es hätte sein können, wenn du dich voll auf die Arbeit stürzt. Auch so entstehen Opportunitätskosten, die der Immobilie irgendwo zuzuordnen sind. Du merkst also, es ist sehr schwer, die tatsächliche Rendite einer Immobilie und auch die tatsächlichen Kosten richtig zu berechnen. Neben dem Aspekt, dass man sich die Miete irgendwann spart, wenn die Immobilie mal abgezahlt ist, gucken viele da noch auf die Wertentwicklung. Es gibt ein paar Tools, wo man online rechnen kann, was meine Immobilie wert ist. Es sei mal dahingestellt, wie genau und richtig diese Tools jetzt sind und von wem die jeweils wieder stammen. Aber ich will gar nicht abstreiten, es gibt einige Regionen, wo Immobilien sich unter Umständen innerhalb von 10 Jahren im Wert verdoppeln können oder es zumindest in der Vergangenheit getan haben. Ich habe aus eigener Erfahrung hier auch schon öfters mit unseren Kunden darüber gesprochen und häufig wird vergessen, dass selbst wenn die Immobilie sich tatsächlich verdoppelt innerhalb von 10 Jahren, dass sie dann im ersten Eindruck denken, super, ich habe 100% Rendite. Wenn man dann aber genauer nachfragt, was denn die Rendite im Jahr ist, dann liegt die, und das wissen die meisten dann nicht, schon gar nicht mehr bei 100%, beziehungsweise in dem Fall bei 10%, sondern schon nur noch aufgrund des Zinseszinses irgendwo bei 6% bis 8%. Und wenn man dann noch richtig nachprüft und guckt, okay, was hattest du denn für Kosten für die Immobilie bisher, von den Anschaffungskosten mal abgesehen, höre ich dann oft, ja, ich habe da was reingesteckt und hier noch was gemacht und ich habe da noch mal 10.000 Euro investiert und den Garten auch noch mal für 20.000 Euro gemacht. Und so müsste man natürlich, wenn man diese Rendite berechnet, auch berücksichtigen, dass vielleicht der Wert vom Startzeitpunkt nach 10 Jahren sich unter Umständen verdoppelt hat, die ganzen Kosten, die ich in der Zeit da reingesteckt habe. Das heißt, wenn ich das richtig rechne, dann bin ich schon schnell nur noch bei vielleicht 1 oder 2% Steigerung, obwohl man auf dem Papier eine Verdopplung hinbekommen hat. So, und jetzt gibt es natürlich auch Regionen, wo keine Verdopplungen innerhalb von 10 Jahren stattfinden. Das heißt, je nachdem, wo ich mich befinde, in welcher Zeit ich diese Immobilie kaufe, können Immobilien natürlich auch im Wert mal fallen oder auf gleichem Niveau sich weiterentwickeln. Bedeutet, diese Steigerung ist nicht jedes Jahr und immer garantiert vorherzusagen. Ganz im Gegenteil. Beispielsweise im Münchner Raum, die letzten 10 bis 15 Jahre, sind die Immobilienpreise extrem gestiegen. Die 15 Jahre davor allerdings sind die Immobilienpreise gefallen. Das heißt, je nachdem, in welchem Zeitfenster ich mit jemandem darüber rede, was seine Immobilie an Wert hat, kann er entweder freudestrahlend grinsen, weil seine Immobilie sich toll entwickelt hat, oder wie am Beispiel München, am gleichen Standort, aber ein anderes Zeitfenster, zum Heulen ausbrechen, weil er halt eben merkt, dass seine Immobilie immer weniger an Wert hat. Und die Frage ist natürlich auch, wenn du eine Immobilie kaufst, die jetzt an einem Standort die letzten Jahre sich extrem gut entwickelt hat, wenn du sie jetzt kaufst, weißt du natürlich nicht, ob sie sich die nächsten 10 Jahre genauso entwickelt. Die Prognosen besagen in Deutschland eher, dass diese Immobilien an den Metropolenstandorten in der Zukunft nicht mehr so stark steigen werden, wie es bisher der Fall war. Und wenn wir uns mal generell mit dem Thema Wertsteigerung beschäftigen, haben wir über die letzten 50 Jahre in Deutschland, über alle Immobilien hinweg, im Durchschnitt nach Inflation, weil die muss ich natürlich abziehen, nur eine Wertsteigerung von 0,9 Prozent. Der Aktienmarkt hingegen hat zum Beispiel weltweit gesehen, im gleichen Zeitraum, eine Wertsteigerung von etwas über 5 Prozent. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, dass die Asset-Klasse Aktien dem Immobilienmarkt deutlich überlegen ist. Und beim Immobilienmarkt ist es natürlich so, dass hier die Wahrscheinlichkeit, dass man in die eigene Immobilie immer wieder Geld reinsteckt, viel größer ist als im Bereich der Aktien. Wenn ich Aktien kaufe, bin ich ja nicht geneigt, am Unternehmen regelmäßig irgendwas zu tun und irgendwas daran zu arbeiten, sondern ich kaufe die Aktie, habe den Anteil und damit habe ich die Wertentwicklung des Unternehmens beziehungsweise der Aktien. Das heißt, viele Immobilienbesitzer rechnen sich die Sache schön, indem sie glauben, irgendwann mietfrei zu leben, vergessen aber, dass Nebenkosten weiterlaufen und die Neigung an einer Immobilie immer wieder was zu machen, zu verändern, zu verschönern, zu reparieren, zu verbessern, wird schnell vergessen. Und das sind natürlich wirtschaftliche Kosten, die in der Zukunft auch auf den Eigenheimbesitzer immer wieder zukommen. Das heißt, eine Immobilie im Großen und Ganzen kann natürlich ein großes Lebensglück sein. Es kann das Lebensziel und ist das Lebensziel vieler Menschen. Man sollte dabei aber wirklich berücksichtigen, dass man sich hier über Jahrzehnte bindet und hoch verschuldet und verpflichtet ist, diese Schulden zurückzuzahlen. Ein positiver Aspekt an der Sache ist allerdings, dass dieser Sparzwang, den die Immobilienbesitzer haben, weil sie alles dafür tun, die Immobilie zu behalten und nicht an die Bank wieder abgeben zu müssen, dass das dazu führt, dass die Leute ihren anderen Konsum etwas mehr einschränken. Das heißt, Immobilienbesitzer sind trotz der schlechten Rendite der Immobilie meistens zum Renteneintritt in Bezug auf das Gesamtvermögen vermögender, als jemand, der sein ganzes Leben lang Mieter war. Weil der Mieter hat eine kleinere monatliche Belastung, hat weniger Stress, sich um die Immobilie kümmern zu müssen und hat theoretisch mehr Kapital, was er frei anlegen kann. Machen die meisten und viele allerdings nicht. Das heißt, dieser Sparzwang beim Kauf der Immobilie führt dazu, dass die Familie selbst in der Regel zum Renteneintritt vermögender ist. Was aber nicht heißt, dass es wirtschaftlich der bessere Weg war. Meistens ist es besser, eine Immobilie zu mieten, dort über die Zeit zu wohnen, solange man diese Größe der Immobilie benötigt, sei es jetzt die Wohnung oder das Haus. Und wenn beispielsweise Kinder aus dem Haus sind, dass man dann aus wirtschaftlichen Gründen in eine kleinere Immobilie zieht, wo man entsprechend Kind als Paar beispielsweise auch genug Freiraum hat, aber nicht mehr drei, vier, fünf Kinderzimmer noch weiter beheizt und bespaßen muss, während dort gar keine Kinder mehr sind. Das bedeutet, der Immobilienmieter ist statistisch gesehen freier, flexibler und kann über ein größeres Gesamtvermögen verfügen, wenn er es versteht, frühzeitig das Geld, was er sich durch die Miete spart, richtig zu investieren. Ich will dir in diesem Video nicht den Wunsch des Eigenheims kaputt machen. Ich will dir nur einfach ein paar Denkanstöße mitgeben, dass viele Immobilienbesitzer ein bisschen einseitig denken und manche Dinge vergessen und möchte dir an der Stelle einfach helfen und dir Input geben, dass du anders darüber nachdenkst und wenn du zu der Erkenntnis kommst, dass du eben einen etwas größeren Teil deines Geldes lieber anlegst, nicht in die Immobilie steckst, die monatliche Flexibilität beziehungsweise Liquidität dein Geld nutzt, um es in den Vermögensaufbau zu stecken, dann kann ich dir unsere Hilfe anbieten. Jeden Tag melden sich viele Menschen bei uns, die genau vor solchen Fragen stehen, wo wir dann Rat geben, wie man es angeht und wie man seinen Vermögensaufbau abseits einer Immobilie vernünftig und Rendite stark und sicher voranbringt. Wenn du an diesem Punkt bist, dann möchte ich dich gerne auffordern, geh mal auf www.tappeconsulting.de, guck dir unsere Homepage an, mach dir den ersten Eindruck und wenn dir gefällt, was du siehst, dann buch doch einfach mal einen kostenlosen ersten Termin, indem wir darüber reden, wie du deine Liquidität sinnvoll anlegen kannst, wie du es schaffst, Rendite abzuholen und sicher in Richtung Altersvorsorge blicken kannst und dir keine Sorgen um irgendwelche Mietpreiserhöhungen in der Zukunft machen musst, weil du entsprechend frühzeitig das Thema angepackt hast und über ein ausreichendes Vermögen auch im Rentenalter verfügst. Also, ich freue mich auf dich, bis bald, dein David.